Um mit seinen Kindern zusammen zu sein... Kannst du Mom nicht sagen, es tut dir leid? Ich suche eine Haushälterin und werde eine Anzeige aufgeben. Haushälterin? ...muste sich Daniel Hillert eine Arbeit suchen. Kannst du mich zur Frau machen? Au. Hallo. Jufficinaya Dautfire. Jetzt muss er beweisen... ...dass der beste Mann für diesen Job... Hallo. ...eine Frau ist. Ein oder zwei Tröpfchen. Möchten Sie vielleicht noch ein? Oh, schon geschehen. Er ist immer noch derselbe alte Daddy. Nur besser. Das Essen ist serviert, Madam. Wow. Ich würde unsere Bekanntschaft gerne neu. Sehen Sie nicht das Lüstern in den Augen dieses Mannes? Überraschung. Mrs. Dautfire. Das ist doch aber die Männertoilette. Oh. Robin Williams. Sally Field. Wozu noch ein Mann, wenn Sie da sind? In einem Film von Chris Columbus. Verpiss dich! Mrs. Dautfire. Das stachlige Kindermädchen. Was weiß ich? Ein Vater... ...kennt keinen Feierabend. Mein erster Tag als Frau und schon habe ich Hitzeballung. ...macht. Das ist doch, was ich... ...macht. Was ist das? Das ist doch, was wir... ...macht. Da ist doch, was wir? Das ist doch, was wir... ...hier. Das ist doch, was wir.